Willkommen zurück. Das ist Tribotus MC. Ja, heute hier bei Nacht, bei einer ein paar Ründchen Mixer. Mixer, bist immer ganz schön müde. Ich eigentlich nicht. Ich weiß. Also, bei mir geht's bisher noch. Bei mir gar nicht. Ich bin richtig über den Augenball. Ja, dann bleibt man durch. Ja, der eine ist schon mal weg. Boah, ich dachte gerade, wir würden nach oben gehen. Der Dark ist gut, übrigens. Der war vorhin im Finale. Ja, aber du weißt ja, wie gut ich hier bin. Ah, hier springe jetzt schon. Schlechter, ich habe schon gegen Dark gewonnen. Ey, wie oft der eine stirbt, ne? Ist schön. Ist schön. Ich dachte, jetzt sterben wir alle, weil diese Farben, die sind schlimm. Das ist Jumpy Sounds, das ist ein cooles Lied. Solltet euch auf jeden Fall bei Nicht-Titunes holen. Ich war auf dem Falschen gerade erst. Jetzt ziehe noch PvP an, ne? Ja, toll. Ich sag ja, ich gewinne hier, mate. Jetzt warten wir noch, dass noch ein Spieler reinkommt. Weil wir brauchen noch einen, damit es anfängt. Nein, jetzt ist der andere auch noch raus. Währenddessen zeige ich euch hier die super Kur, die ich nicht geschafft habe. Wenn das beginnt, mate? Ja, noch gar nicht, weil hier zu wenig drin sind. Ich... Hey, ich habe keinen Kompass, ich kann hier gar nicht raus. Ich mach Slash Up. Ich mach Slash Up. Ich mach Slash Up. Ich will den Parkour, aber ich will Slash Up. Oh, fucking it. Die sind gerade alle in dem Game. Sieben Stück. Ich muss sagen, das war's für heute. Nein. Dann spielen wir halt so ein paar Racken. Many games. Gehen wir jetzt in... Men vs. Blind. Warte. Warte. Äh... Ne, dann schau mir jetzt Bit Trip. Ne, in Dingens ist einer drin. Der ist gleich voll. Komm. Geh in den grünen ran. Hier. Jetzt wenn du noch... Genau, jetzt guck mal. Wuckt er hier. Mix up. 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 Hey. Jetzt ist aber einer wieder raus gegangen. Da war nämlich vorhin noch einer. Oh, nee. Komm, Shark the Butter. Hol uns Leute rein. Aber wieso will denn hier keiner rein? Oh, guck schon Leute. Spargel-Tatsahne. Da, nee. Hä? Ich sag ja, wir sollten auf jeden Fall noch mal ein Bit Trip spielen. Hm, ein Bit Trip. Ich sag dir in 3, 2, 1, jetzt kommt er noch. Plup. Stattdorf. Also, da haben wir ja auch schon ein bisschen mehr rum. Ach, sore was sich die Zeit die ganze Zeit hat. Passiert hin mit hier. Oh, doch, doch. Doch, doch, doch. Passt mal auf. Ja gut. Slash, hu. So. Alright, wir gehen in Touchdown. Was ist das mit der Leiter? Ich bin, äh, außer sie disconnected. Wieso? So, in was? Wir gehen jetzt in Touchdown. Was ist das mit der Leiter? Das ist... Das ist drin weg. Okay. Ach, wieso müssen wir denn hier immer... Da, jetzt, wir sind vier Leute. Ich weiß nicht, wie es geht, aber ich mach jetzt den Parkour. Weißt du, wie es geht? Ah, das ist Fangen gespielt. Nein! Ich hab den Parkour geschämt. Flur ist Lava. Wenn man Sachen draufsteht, kann man nicht getaggt werden. Match one tagger will be chosen. Scores to tag all the kids. Once a kid is tagged, he will become a tagger. The tagger cannot tag kids who are on top of things. However, kids cannot stay... Ah, okay. Das klingt lustig. Vielleicht wird das eine einzelne Folge. So, dass wir das hier in, äh, separat... Ne, ne, ne. Klingt lustig, klingt lustig. So, hey, komm, jetzt kannst du mal... Ah, ja, zwei Sekunden. Ich hab den gerade zum zweiten Mal aufgeschrieben. Was ist denn bei mir gerade? Schaltweil vom Tagger. Wer ist denn der Tagger? Hm, nein. Woher weiß man das? Das ist da! Aber zurück ist der Tagger. Ha, ha. Feuer. Ach, der ist da ganz... Der versucht selber auf Objekte draufzukommen. Wie geht das denn? Du bist jetzt Tagger? Oh Gott. Ha, ha. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich lade alles seit 1.07. Das ist alles irgendwie komisch mit dem Laden. Oh, hab ich gewonnen. Warum hat das Spaß? Ich hab drei Leute gezeigt, ja? Echt? Mich aber nicht. Ich war dann wohl der Letzte. Und, Parkour geschafft. Ich will den Cookie... Oh, ich kann den Cookie drehen. Ich hab die auch schon da gedreht, Cookie. Sag mal. Ist ja auch so wie er nicht k bezahlt... Ja ... Will, das tausend ist. Mach mal Debült 해요... schwach ... Hab ich... Ich kann mich länge auf Indemperatur. Los, ich danke dir... auch schon in Steam C's Go gekauft. Feiert könnt ihr Geld verdienen. In Boto sind sie Steam-Gruppe beigetreten. Nein, auf die dringenden Videos. Hilfe! 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 Nein! Ich hab dich getaggt! I am right! Warum macht das Spaß? Das kann nicht nur Spaß! Ja! Richtig Spaß! Ja! Freunde, ihr merkt schon, diese Episode ist so toll. Ich hab schon wieder den Parkour geschaut. Das sind schwebende Kackbröckelchen. Ich scheiß das hier mal auf. Was? 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 Wenn ich scheiß C mit scheiß E schreiben. Nein, heute nicht. Kackbröckelchen. Okay, jetzt gleich geht's los, Freunde. Jetzt bin ich, ich sag ich bin Tagger. And I got the moves like Jagger. Oh nein, Death Stars. Scheiß. Du schlippest. Nein, wenn du den Tag drückst. Hast du mir vorhin gesagt? Oh ja, ne? Ja, hört man, hört man, ne? Aber warum? Let it gooo. Ich bin hier am Campen. Ich darf am Campen. Wow, ich nicht mehr. Weißt du, der Death Star, der geht selber auf die Objekte. Man muss ja auch auf einer Höhe sein. Wieso steht bei Mädchen, hast du ja die Uhr an einer Tagger? Weil du Tagger bist. Nö, bin ich nicht. Ey, wieso? Wie bin ich denn jetzt nochmal Tagger geworden? Andere sind auf einmal Tagger, außer ich. Aber ich wurde schon gesagt, dass du jemand da auf einer Höhe war. Das macht doch keinen Sinn. Cheel, Cheek, Cheek again. Cheek, Cheek again Cheek, Cheek again. Cheek, Cheek, Cheek again. Wow, wow, wow. Wob campo, wo bloß, wo bloß. Abreue. F placebo. Ach nein, du kannst ja auch da drüber. Ich denkt ihre Zeit iniciare, dass wir dich lá haben. H difference. Nein. Nein! Nein. Nein! Iiiiiii Ich ging grad voll in den Schatten Nein, ich hab mich nicht mehr verbracht Abrufen Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie Wo ist das noch vor? Alles aus Haralds Ja, aber welches? Alles aus einer Kern Abrum Und, äh... Ihr hört man, hört man neu Abrum Abunun Baga Baga Bang Jumpy sound, but I see you to the R to the I, I, B wheel Meid, was machen wir morgen? Nein, du ist hinter dem Korb Das ist doch egal Wachen wir mal einen Vlog Sollen wir morgen einen Vlog machen, Freunde? Wahrscheinlich morgen ist dann der Tag danach schon Nee, das lag das jetzt ja gar nicht hoch, ne? Abrumm 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 Und Otto 6 ist der Tagger And he got the moves like Tagger Tagger, Alter Abrumm Nein, hör auf Nein, hör auf Oh nein, Dürr Ja Oh nein, ich hab Leggels Oh no, no 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 Ich hab dich aber getagged Nein, ich legge zu sehr, du kannst mich nicht taggen Ich bin nicht auf einem Level, sondern kann dich denken Ich bin zwar fast tot, aber egal Abrumm Du musst ja auch noch 10 Minuten ziehen Da hinten war's denn Abrumm Abrumm Mr.. Abrumm Tsss B Ich will gar nicht wissen, wie ein Alu hinter mir witz Nein, ich hatte diese Kanten hier. Ich fall hier mal irgendwie hängig. Abrobbenen! Wieso haben wir das denn so lange durchhalten? Ich hab dich gehauen. Du bist jetzt Tagger. And you move like that. Tagger! Also das Minigame eben anspielen. Hast du noch ein anderes? Noch ein anderes Game spielen. Oh correct. Den Minigame Madness oder so ein Scheiß. Minigame Wahnsinn nennen wir es dann. Wir machen TNT Run. Warte mal, ich kann den glaube ich bald. TNT Run, klingt gut. Ja, ich bin drin. Der erste Server. Du hast noch 45 Sekunden. Ich muss da wohl Klaas Survivor nehmen. Oder gab's den noch nie? Survivor, ich bin Survivor. Oh, gut. Ich weiß gar nicht wie das geht. Mal eben schnell durchlesen, ne? Das ist das wo du einfach rennen musst. So, when you step on a TNT Block, it will fall down and player might fall down. Forget the rules. With it, your goal is to be the last runner to win. Just don't fall to the void. Easy, right? And that's about it. Thanks for watching. Sethling out. Nein! Frustrating. Boah, ich mach den Parcours gerade in einem durch. Abruppen. Geht's jetzt los? Wieso hängt das denn bei 13 Sekunden? Hast du das auch? Nein, bei mir ist das nicht bei 14 Sekunden. Hängt das denn bei 14 Sekunden? Nein, das ist ja bei 13 Sekunden. Ah! Was geht nie los? Nein! Ich will das fail! Komm, das ist doch Minigame Madness! Okay, ich geh raus. Fuck! Slash up! Und mit diesem Fail würde ich mal sagen... Ja, weil mein Game ist gegrasht. Verabschieden wir uns... von euch! Bis zum nächsten Mal. Das war... The Bottoms... MC! четrekaits! Das war... 4 1 1 3 3 6 6